Ich wollte auch schon ewig was besetzen. Also ein ganzer Freundeskreis von mir war nun richtig radikal. Die haben dann die ganzen richtigen Häuser besetzt. Also Dunkerstraße. Dunkerstraße 14, 15, wo ich jetzt eine Umsetzwohnung angeboten bekommen habe. In der 14, was total makaber ist, weil ich die Geschichte des Hauses kenne. Also wir haben erstaunlich viel Macht. Wir müssen uns nur darum kümmern, was für Macht. Und ob da irgendwelche Leute aus Leipzig kommen und sagen, das ist jetzt unser Haus, das werden wir noch sehen. Rechtlich ist es vielleicht ihr Haus, aber noch sind wir hier drin.